KASCHOT Es wird nur noch 2 übrig. Aber jetzt? Ja, endlich. Jetzt kommt gleich eine Szene, da wollte ich schon wieder auf Dice schumpfen. Hoah, getroffen. Servus, wir spielen eine Runde Domination auf der Map, Sturm auf Paracel und das Ganze live, wie ihr hört. Und zwar habe ich dabei die AEK 971 mit dem Kompensator, dem Coyote Visier und dem Klappgriff. Und auch ein Kumpel ist am Start, der Fantasy N, der übrigens auch einen eigenen Kanal hat. Ich werde keine Links in meinem Kanal reinhauen, weil ich finde es ist einfacher, wenn ihr danach sucht und bei ihm müsst ihr angehen, Germany, Austria, dann könnt ihr das sehen. Wir sind jetzt mal ein Kumpel da gestorben. Wir sind hier oben wieder. Claymore, wichser. Schau mal, wieso? Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzstil Alpha übernommen. Hat die Claymore nichts gemacht, nichts gebracht, echt. Das ist doch so zum Kotzen. Geh weg. Arschloch. Ja, Wahnsinn, echt. Das ist doch zum Heulen. Das ist echt zum Heulen. Die AEK übrigens, muss ich sagen, ist ein absolutes Nahkampf. Also auf kurze Distanz ist die richtig klasse. Oh, danke Kumpel. Ach, ich bin ja auch noch Spot leader. Da müssen wir das natürlich so machen. Wer hat jetzt da auf den geschossen? Ah, Wahnsinn, das kannst du nichts machen mit der. Ich habe keine Granaten, ne? Dann nehmen wir jetzt mal A ein. Ah, das ist scheiße, dass du keinen Versorger im Team hast. Habt ihr gesehen, wie schnell der jetzt weg war? Unglaublich. Das nehmen wir sonst C weg. Da war noch einer. Da war noch einer. Ja, hey. Pass auf, wer ist immer noch da? ok und ich hab keine Munition mehr fuck was ist denn das für eine I need ammo 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 I need ammo was ist fuck I need ammo da war doch irgendwo einer da hat doch einer aufgeblickt mit Munition jetzt muss ich dem auch noch hinterherlaufen ja endlich wahnsinn dass man da immer betteln muss normalerweise ist ja mein Kupel hier immer der Versorger shit oh ich will aber der ist immer noch da oben ja tu halt nicht wiederbeleben sondern ansonsten mag ich bei Vorherrschaft diese Map echt auch sehr gerne die macht richtig Spaß zu zocken kann ich euch echt also auf Domination Vorherrschaft macht die Map richtig Spaß richtig Laune muss ich jetzt ganz erst sagen ich mag zwar nicht als Versorger äh als als Teamleader ja wo war denn der dankeschön dankeschön wie kann man sich bedanken ne ja wo ist denn der wo ist denn der blöde Sniper keine Ahnung ich hasse es wenn sie sich dann immer in den Gebäuden verschanzen kommt doch einer ne dann nehmen wir jetzt mal C ein Achtung links 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 wiederbeleben wiederbeleben immer wiederbeleben ist ganz wichtig oh da ist ja auch irgendwo einer da hinten ja schieß halt gescheit und vollidiot echt manchmal funktioniert das Aiming überhaupt nicht ohne Schmarrn da kannst du machen was du willst ah ich bin gut gespawnt weil da können wir sie ja hier von hinten wegholen hoff ich doch da haben wir noch einen da ist noch einer hallo da hinten ist noch einer hallo sehr gut wo schießt der ist der noch da da oben hallo hallo C boah ach komm wir kommen wieder von allen Seiten fuck aber ansonsten wie gesagt niemand macht mir echt spaß tut mir leid dass ich manchmal ich wollte bei meinem teammate spawnen und hab's verpasst ja greift dieses einsatz ziel an naja manchmal verschwindet ich weil ich mich dann so stark konzentrieren muss dass ich dann nicht mehr rein quatschen kann ja es ist nicht ganz komisch einsatz ziel alpha wurde neutralisiert kannst du machen was du willst manchmal so ist da drinnen war einer ist da drinnen war einer ist da drinnen war einer wo ist er wo ist er ich schau ob wir meinen Kumpel noch kriegen ja dafür fuck steht der Wix immer noch da oben auf dem Dach ey ja ja komm hey warum holt den keiner runter vom Dach das darf doch nicht wahr sein ne echt wo ist er denn ich hab deine erste Hilfe für dich ist er jetzt endlich down hey Wahnsinn hey manchmal manchmal verstehe ich die Leute nicht hey echt wo sind sie C verteidigt dieses einsatz ziel Wahnsinn habt ihr gesehen der lag plötzlich vor mir auf dem Boden wie geht denn das toll das ist natürlich mein und wir spawnen wieder am Arsch der Welt her echt ja gut okay zu zweit in einem Team ist ja scheiße und ich will jetzt das Team noch nicht wechseln und ich will jetzt das Team noch nicht wechseln da unten ist immer noch einer da unten ist immer noch einer ja auch nie wie da Ah Boah ich hab mein Glück als Verstand gehabt da drüben sind immer noch eine da ist auch noch einer naja aber gewonnen ja ich hoffe die Runde hat euch gefallen wie gesagt auf Paracelstom macht es mir besonders Spaß ja jetzt haben wir uns noch die Pumpe er sei denn sie hängen halt nur in den Gebäuden rum das ist natürlich auch scheiße aber mei was willst machen manche Leute verstehen eben das Spielprinzip immer noch nicht ok oh ich bin sogar Erster geworden das freut mich 21,5 kann sich sehen lassen viel Spaß beim nächsten Mal ciao